Wir schauen uns in diesem Versuch eine kontinuierliche Veränderung des Brechungsindexes an. Dazu haben wir diese Flüssigkeit hier, die ist in einer Küvette drin und diese Flüssigkeit hat eine nicht homogene optische Dichte. Das heißt, innerhalb dieser Flüssigkeit ändert sich der Brechungsindex. Das sieht man so spontan nicht. Im Moment ist diese Flüssigkeit einfach nur transparent. Ich habe jetzt hier einen Laserpointer, den mache ich mal an und dessen Laserstrahl geht einmal durch die Flüssigkeit durch. Damit wir jetzt was sehen, muss ich erst mal abdunkeln. Jetzt sehen wir hier oben, wie der Laserstrahl durch, diese Flüssigkeit durchläuft. Jetzt drehe ich an diesem Rädchen hier den Laserpointer nach unten und fahre damit den Laserstrahl weiter runter. Und dann sehen wir, wie der Laserstrahl, je weiter nach hinten in der Flüssigkeit er gelangt, desto mehr knickt er nach unten ab. Das wirkt ganz besonders deutlich, wenn ich mit dem Laserstrahl noch weiter runter gehe. Hier sehen wir sehr deutlich, der Laserstrahl geht zwar hier oben rein, knickt dann aber im Laufe der Zeit hier nach unten hinweg. Das heißt, bei dieser Flüssigkeit ist der Brechungsindex unten höher als oben. Der Brechungsindex nimmt nach oben hin immer weiter ab. Ich kann das nochmal zeigen. Ich gehe mal nochmal hoch. Jetzt wird der Laserstrahl wieder gerade. Knickt nur ein bisschen ab. Und wenn ich jetzt weiter runter gehe, dann nimmt der Brechungsindex zu. Entsprechend wird der Laserstrahl auf der Strecke stärker abgelenkt. Ich kann ihn hier ganz bis zum Boden der Küvette abknicken. Bei dieser Flüssigkeit handelt es sich um eine inhomogene Zuckerlösung. Hier ist einfach nur Zucker in Wasser aufgelöst. Allerdings so, dass die Zuckerkonzentration hier unten höher ist als hier oben. Das heißt, im Laufe der Höhe nimmt die Zuckerkonzentration immer weiter ab. Und dadurch ist der Brechungsindex unten in der Flüssigkeit höher als oben. Es gibt jetzt eine ganz einfache Möglichkeit daraus, eine optisch homogene Flüssigkeit zu machen. Ich habe hier ein Holzstäbchen und ich rühre einfach einmal um. Und dann sehen wir, wenn ich den Zucker jetzt gleichmäßig innerhalb des Wassers verteile, dann geht der Laserstrahl gerade durch die Flüssigkeit durch. Das heißt, jetzt haben wir keine optische Inhomogenität mehr innerhalb dieser Flüssigkeit.